Herzlich Willkommen an der Future Health 24, der Gesundheitskonferenz, wo sich Key Opinion Leader aus dem Gesundheitswesen treffen. Wir müssen sicherstellen, dass die Patienten im Zentrum des Systems sind. Wir müssen sicherstellen, dass sie die Besitzer ihre eigenen Daten sind und Vertrauen haben im System, sodass sie ihre Daten teilen und dadurch Insights generieren, damit wir die Provision von Gesundheitsdienstleistungen verbessern und das gesamte Ökosystem verbessern. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem in der Schweiz. Jedermann hat Zugang, die Qualität ist hoch und darauf dürfen wir auch vertrauen. Die Bevölkerung schätzt das. Man muss diese Kultur des Austausches unbedingt, das sage ich wirklich mit Nachdruck, unbedingt fördern. Alle reden über Probleme, alle sehen grundsätzlich die gleichen Probleme, aber wir gehen sie nie gemeinsam an. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hier zusammentreffen und gemeinsam vorwärts gehen. Meine Hauptbotschaft ist, dass wir eigentlich eine grundsätzliche Revision im Gesundheitswesen brauchen. Wir brauchen stärkere Regionen und schwächere Kantone. Wir müssen die Kantone in ihrer Rolle entlasten. Wir müssen eine bessere Vernetzung im System erreichen. Dafür müssen wir auch neue technische Möglichkeiten nutzen. Wir müssen konsequenter digitalisieren und wir müssen auch die künstliche Intelligenz besser nutzen. Intelligenz besser intensely. SWISS VIELT BILyo Mais